heute möchte ich euch zeigen wie ihr in instagram die profilbilder von leuten vergrößern könnt und das ganze in hd qualität früher gab es eine andere möglichkeit die einfacher war die hat aber instagram jetzt behoben die geht nicht mehr aber es gibt dennoch eine möglichkeit und zwar die zeige ich euch jetzt ich blende das ganze jetzt auch hier oben dann noch mal ein für euch dann könnt ihr das besser kennen also dazu geht ihr in eurem browser auf euer instagram profil ich nehme jetzt mal in den namen als test objekt ok und das ganze was jetzt machen müsst ist ich ja macht ein neues tab auf und geht auf insta dp.com ok so wenn jetzt auf der webseite seid braucht ihr den nutzernamen elena camperi so wenn ihr diese gefunden habt erscheint ihr auch schon hier ok dann klickte drauf das dauert kurz und dann habt ihr auch schon das profilbild das ganze in hd wie ihr sehen könnt also für männer ganz interessant und in diesem sinne ich hoffe euch hat das video gefallen lasst ein aber da und dann bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal